Unsere Fähigkeiten gestört, ne? Was ist hier passiert? Wo sind die Geister? Wo ist Seren? Ähm, vorausgesetzt, wo finden sie? Die waren doch unter uns. Ey, mit dem Licht seh ich nix. Das sind nur noch die Zellen, in denen wir gerade vorbeigelaufen sind. Was willst du? Ich habe dir alles erzählt. Ich... Wer bist du? Allianz, oder? Ich wusste jemanden mit Kama. Er versucht mich zu verbrechen, aber er konnte es nicht. Ich habe es nicht. Lass dich nicht. Ich muss wissen, wo du kamst. Privat Menos Avata des 3. Infiltration Regiment STG, Sir. Sie hat sechs Tage vor gut geholfen, Sir. Glücklich, dass du es antworten, Sir. Was ist mit ihm passiert? Was haben sie mit dir gemacht, Soldat? Experimenten, aber ich weiß nicht, was für. Der Effekt der incessiven Häusperung auf meinem kaltenden Temper. Wer weiß, ich brauche einfach raus. Sie haben recht. Ich habe ihn mit ihm geholfen, kann er die Mission zu verbrechen. Nein. Nein. Ich muss rausgehen. Diese Räume ist zu klein und es geht, und ich will wirklich rausgehen, und ich will wirklich rausgehen, und ein paar Arbeit machen. Ich muss rausgehen. Ich muss rausgehen. Ich muss rausgehen. Er hat ihn mit ihm geholfen. Er kann uns helfen. Ja, Sir. Ihr findet, ich bin sehr gut in folgenden Regeln. Ich sollte es. Ich höre sie über und über. Ach, jetzt haben wir alle freigelassen. Ich sag's so. Ich glaube, es war besser für sie. Ihnen konnten wir nicht mehr helfen, und sie in den Zählen zu lassen. Das ist ganz schön an Inhuman. Also, das heißt, Grenz wäre Inhuman gewesen. Also, meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, hallo! Hier, das ist die Panzerung, die ich haben wollte. Ah, die sieht so nice aus. Okay, hier können wir nichts tun. Jetzt, Shepard! Erzähl doch nicht. Es ist da was in Reichweite, aber für mich weiß nichts, was uns angreifen könnte im Moment. Hier in der Richtung sieht's anders aus, wenn ich dem Radar vertrauen kann. Ah, okay, das ist... Ne, es hat nichts zu denen. Das sind die Zählen, die wir gerade gesehen haben. Oh, ihr seid nicht ein Gath. Und ihr seid nicht ein Lab-Coat. Ich glaube, ich bin glücklich, dass ich Sie sehen. Lieutenant Ganto M. Ness von der 3rd Infiltration Regiment, captured während der Recon. Ich glaube, dass die Flugzeuge in den Zählen hat, um die Basis zu zerstören? Die Transmission war nicht klar. Die Flugzeuge ist nicht gekommen. Ich verstehe. Was wurde hier erforscht? Sie wissen nichts über die Erfahrungen, die sie durchgeführt haben? Sie studieren Indoctrination. Symptoms, Progresso. Saren benutzt es um seine Menschen zu kontrollieren, aber ich glaube, er nicht wirklich versteht es. Ich weiß nichts anderes. Ich habe nur gesehen, was es getan hat mit den anderen. Es hat sie in die Husten geöffnet. Ich kann nicht so sein, bitte. Ich lasse mich! Ich öffne dich selbst, aber dann bist du auf dein eigenes Leben. Nicht nachdenken, und hoffe, um den Blast zu erinnern, hm? Es ist eine bessere Chance, als ich hatte, bevor du kamst. Danke, Mensch. Und gut Glück. Du brauchst es. Es gibt nichts mehr, von dem. Das ist keine Chance, wie ein Prisoner zu behandeln. Geh ihn, sicher, aber... Lege ihn so wie das? Es ist besser zu sterben, als zu leben so wie das. Ich habe nie mehr agreed, Shepard. Das ist das, was ich will. Ich bin durchaus für Sterbehilfe. Schade, dass die Leute nicht mehr wirklich in der Lage waren, das selber zu entscheiden. So, wo geht's jetzt lang? Das war's für heute. Wir hören uns. Wer bist du und was du willst? Ranathenoptis, Neuro-Specialist. Aber dieses Job ist nicht wert, oder weniger wert. Du denkst, dass die Indoktrination nur die Präsenz? Sooner oder später, Saren will auch mein Gehirn verwenden. Ich dachte, das war eine Begründung. Nicht auf dieser Ebene. Wir studieren die Sovereign auf die Organische Gehirn. Zumindest das ist das, was ich erwähnt habe. Saren hat uns in der Dunkel so viel wie möglich. Du hast ihn geholfen, und du hast überhaupt nicht wissen, warum? Ich hatte nicht die Möglichkeit, zu negatieren. Diese Position ist ein bisschen mehr permanent, als ich erwähnt habe. Aber ich kann dir helfen. Dieser Elevator hinter mir geht in Saren's private Lab. Ich kann dich in. Siehst du? Voller Zugang. Alle Saren's private Files. Sind wir gut? Kann ich gehen? Verschwinden Sie. Ich werde diesen Ort auf die Hölle und wegwerfen. Wenn du willst, dass du es lebendig bist, besser starten. Was? Du kannst nicht... Aber ich werde nie... Oh! Du hast das gefühlt. Ich werde den Weg gehen. Das ist das. Ich werde den Weg gehen. Also, speichern. Speichern geht wohl nicht. Jetzt bark nicht rum. Ähm, du warst nicht da. Sohn. I'm going to tear this whole place down. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am Saren. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper. A label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal. The pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. For example, we are the end of everything. I have no fear of you. Whatever your plan is, it's going to fail. I'll make sure of that. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance. And at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it. And you will end because we demand it. They're harvesting us. They're here to wipe us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation. Independent. Free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander. We got trouble. Hit me, Joker. Shepard hat es übrigens nicht nötig, sich zu ducken, wenn um mich herum Sachen explodieren. Aber das war gerade wirklich auch eine der besten Stellen im Spiel. Einfach dieses Gespräch mit Sovereign. Die Stimme ist echt cool, das muss man auch sagen. Ah, okay. Wow fuck hallo fuck off benutzt einfach die Fähigkeit nicht Oh ja, diesen Ton sollten wir auf jeden Fall erst mal abschalten oder zerstören ja danke für das hochbringen des Aufzugs das ist, wir müssen die Gettenten und seten die Charges Charger set. Everyone bunker down. Bunker down. Ah, Spaß an geht nicht. Ah, Spaß an. Die Bombe ist in Ordnung, wir sind alle bereit. Kommander, du hast mich gehört? Die Nukke ist fast bereit, Lieutenant. Geh zu der Rendevur-Poine. Negativ, Kommander. Die Gath haben uns auf der A.A. Tower gelegt. Wir haben schweren Gefahr. Wir werden nicht die Rendevur-Poine in Zeit machen. Hör dich fest, wir kommen, um dich zu holen. Negativ. Nur sicher, dass die Nukke fertig ist. Wir halten sie so lange, wie wir kämpfen. Es ist okay, Kommander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Nukke zu schützen. Geh sie und mich wieder zurück. Gut. Auf der A.A. Tower. Move.